Ah ja Hmm Hä Aber Hä What Also wenn ich hier bin Dann kann ich ja gar nicht Also es geht doch nicht Oh Oh Hallo 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 Nehm ich mit Sind doops Wow Wo bin ich hier Oh Seeing my eyes Ja ich seh deine Augen Was Aber Neonlampen Finde ich schön So lass mich durch Wie komm ich da hin So vielleicht So das hätte ich schätzt Wie zur Hölle Das läuft jetzt die ganze Zeit Warum sagt mir das niemand Ja das ist einfach Und ich mach mich hier voll schwer Mit dies und das und jenes Am Arsch Habs Zuh Ich geh wieder zurück So jetzt Und drüber Pom 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 Ach Mist Dann halt manuell Egal Egal Sehr gut Du bist ein Jäger Und die Tests Sind deine Beute Tja Ich habe mich übrigens Für einen neuen Test Über Haie informiert Kennst du noch andere Geschöpfe Die sogar die Leute umbringen Die ihnen helfen möchten Dachtest du Haie Falsch Die richtige Antwort heißt Niemand Niemand außer dir ist so sinnlos grausam Alter Überbrückung Hell yeah Mein Fahrstuhl Bitte nach oben Einmal nach oben bitte Einmal nach oben Was ist so schwer Daran zu verstehen nach oben Was ist daran so schwer Hm Nach oben Hoch Ach scheiße Gute Neuigkeiten Ich weiß jetzt Was ich mit dem Geld mache Das ich beim Recycling Deiner Luft spare Wenn du sterbst Laminiere ich dein Skelett Und stelle es aus So können noch viele Generationen Nach dir lernen Wie man deinen Unverteilhaften Knochenbau vermeidet Alter Äh Muss ein bisschen drehen Mein Freund Nein nein Drehen 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 Scheiß drauf Keiner hört mir überhaupt zu Deswegen Na toll Die Tür funktioniert nicht Du hast dir doch gerade zugemacht Wie man muss sie wohl reparieren Bemühe dich nicht Ich bin gleich zurück Fass nichts an Komm schon Hey hey Hier oben Da waren Vogeleier Die habe ich in den Türmechanismus geworfen Da war sie zu Ich Ah Vogel 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 Okay Das war bestimmt der Vogel Der die Eier gelegt hat Er ist sauer Okay Wichtig ist Wir werden hier bald ausbrechen Sehr bald Das versprechen Ich muss nur noch ausdüfteln Die Die hier ausbrechen Da kommt sie Mach weiter mit dem Test Und denk dran Du hast mich nie gesehen Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt Ja Nie mehr Sagen wir Leben Egal Zurück zum Test Ich habe mich schon daran gewöhnt Dass ich diese Portaldinger habe Ach du Scheiße Also einmal hier Von wo kommt nochmal Oh Wo war das nochmal Ach da Äh Orange So Ab dich So Das hätten wir Nein Nein Wie komme ich darüber Oh Das war alles geplant Alles geplant Hä Das dürfte mir unter mir gar nicht zusammenbrechen Ich stand doch auf dem Ding drauf Also da waren doch Hä So Wenn ich jetzt Einmal hier mache Und einmal da mache Dann bin ich hier oben Und kann da machen Von hier Das da Oh Soll ich hier sein Darf ich hier sein Ich weiß es nicht Wow Cool Oh Hier hat jemand wohl gegessen Zu dritt sogar Okay Cool Hier war ich noch nie Kann ich noch irgendwo anders hin Hier Wow Nein 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 Passiert Passiert Okay Passiert Passiert Nochmal Ich gehe da nochmal hoch Ich will Ich will Ich will Ich will Ich will Ich will Einfach wissen Was da oben ist Mein wissensdurst Hat sich nicht gestillt Ich müsste jetzt Eigentlich Darauf landen Genau So Ist ja wirklich nur ein Bild Oder was Oh ich komme da rauf Ich wette mit euch Ich komme da rauf Ich habe eine idee Ich versuche was Ich versuche was Ich versuche was Ich versuche was Ich muss da jetzt wieder rauskommen Wo ich gerade ihn war Genau hier So Wow Das war knapp So Orange bitte Danke Und durch So wenn ich jetzt ein Ding hier hinstelle Wenn ich das jetzt mitnehme Und hier rauf hinstelle Und danach von dort abspringen Fast Ich bin mir sicher das klappt Ich schaffe das Ich bin mir sicher ich schaffe das So Hier abstellen Drauf Springen Genau Da ist eine unsichtbare Wand Mann Dann gehe ich halt da entlang Mann ey Schöne hoch Lass mich durch Also Was war das gerade Achso Hall Es Chalt Oh es Knallt So I don't Fuck With You Ah Scheiße Oh Oh knapp 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 Sehr gut Danke Da ist Oh knapp knapp Ich Gucke Was Da So Abgeht Ob das Stream Läuft Oder Nicht Oh Erinnerst du dich Diese blassen Rundlichen Geschöpfe Voller Kugeln Ja Oh warte Das bist du In 5 sekunden Werden wir Sehen Werden wir Sehen Oh guck mal Hörhörhör Hörhörhör Söf So. Tja. Oh. Vorsicht. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Eh, muchas gracias, eh. Oh. Oh. In your face. In your face. Oh. 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 Erwischt. Oh. Wollte ich nicht. Aber die sind nie sauer auf mich oder wütend. Lieb. Soll ich da runter? Na Mist. Da war eine Tür. Klar, also könntest du dich hier mal reparieren. Das ist relativ... Äh. Ja. Ja. Aperture Science. Aperture Science. Und weiter. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Äh. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Happy Birthday, lovely Cell. Happy Birthday to me. Ja. Wenn sowieso keiner mehr ein Geburtstagsständchen singt, dann sing ich mir selber eins. So. Äh. Wie heißt denn übrigens Cell? C-E-L-L. Oh. Ach. Ich muss alle drei einmachen. Okay. So. Kein Ding. Kein Ding. Oh ja. Da müssen wir jetzt mal anders anfangen. Mit dem hier erstmal. Und halt damit. Und. Aua. 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 Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Hm. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Ähm. Danke. Glaube ich. Äh. Kann. Achso. So, nach oben bitte. Ach Gott. Nach oben, was ist daran so schwer zu verstehen? Oben, hoch, nach oben. Das könnte Höllen. Dein Overall sieht blöd aus. Was? Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Ja, genau. Hier war vielleicht, warte, eine Frau, trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor in Mode aus Frankreich. Toll, danke. Mach mich noch mehr runter. Aber wir mögen uns, ja, stimmt. Aha, interessant. Oh. Hm, ah, nicht der Idiot. Armstupid. Oh. Läuft, läuft. So, Orange brauche ich. Oh. Okay. So. Ähm. Da sind ein paar. Kann ich irgendwie eliminieren? Nein. Wenn ich da rüber springe, dann passiert folgendes. Ich sterbe. Höchstwahrscheinlich. Wow. Toll, was hat mich jetzt gebracht? Nothing. But who is gone and pressed? Ah, verdammt. Ah. Okay. Oh, da steht der noch. Da. Na, lass, lass mich weg da. So. Oh, danke. Danke. Ich fall nicht drauf rein. Ich bin Profi in meinem Gebiet, ja. Uh. Hallo. So. Das war's. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Okay. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Sehr sogar. Nach oben bitte. Ach Gott. Warum nicht nach oben? Warum? Warum? Warum nach unten? Warum nicht nach oben? Mann, ey. Ich frage mich, wie tief dieses Laborgedöns geht hier. Wow. Achso. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Du treffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Ich treffe Menschen. Okay. Okay. Ja, übrigens. Ich weiß nicht, ob das hier ist oder irgendwo anders. Aber ich glaube, das war hier. Was fände ich jetzt hier? Okay. Ah. 3, 2, 1, Kabouche. So. Ich glaube, das ist da etwa hier. Ja, ja. Hier bin ich. Hallo. Na? Ich kann auch einfach das wegmachen. Genau. So. Ja, ja. Aktiviert, aktiviert. Aktiviert, aktiviert. Abwehrkräfte. So. Wie ging das nochmal? War das hier überhaupt? Denn hier ist wirklich... Das ist wichtig. Es ist wichtig. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank.